...wenn sie mir doch noch mal zu... Wissen Sie was? Ich mach's selber! Kein Wunder, dass der neue Papf nicht aus Papen da kommt! Lohre, du bist der Klickskind! Bitte? Ja! Und so weiter, wie wir sind... ...und der Mord... ...der neue Papf hat auch ganz immer das ja antippt, nicht? Der Klosch, was ist das? Hat er dich geärgert? Nein! Ja, kann sein! Der Bischof hat dich doch gebeten, den wieder anzurufen... ...wenn er sagt, er hat Ärger gemacht... ...und er trägt sich doch in dem Raum... ...und er hat nicht gebeten... ...und er braucht noch nicht die Hauptstadt... ...und er schlägt seine Nase überall rein... ...de ich weiß, was immer noch so toll... ...jetzt hat er hier hier... ...und dann kann man auch wieder wissen... ...und er ist ja... ...und er ist ja... ...und dann wird das ja immer noch sowas... ...und dann kann man eigentlich viel was sein! Okay! Genau! Ganz schön ausgeblich, ne?